Wir haben heute irgendwo eine Socke, die Rennen möchte man ganz schön anschauen, ich gehe jetzt in den Obenkreis, dann könnt ihr euch jetzt mal drüber erwarten. So, es geht los, Staffel 2, um das X-Men Flyer zum John-Men Flyer. Ja, jetzt geht es ein bisschen anders runter in die ersten Kurve, aber Florian ist vorne. Da haben sie schon vorne, das war zu wenig. Das ist cool. So, es geht los. Das war gut. Das war's reiten. Das war's reiten. Das war's reiten. Das war's reiten. Das war's. Theiaik. Das hat das eigentlich raus. Jetzt wird es nicht zu viel versprochen. 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 Jetzt wird es nicht zu viel versprochen.